Zuerst wusste niemand, dass Tim Miller Romane schreibt. Nicht einmal seinen Eltern hatte er davon erzählt. Ihnen fiel nur auf, dass er mehr und mehr Zeit vor dem Bildschirm verbrachte. Erst spät flog sein neues Hobby auf. Also das erste Buch, das hat niemand gewusst. Das habe ich geschrieben und klamm und heimlich habe ich das dann an verschiedene Verlage geschickt. Und erst als dann die ersten Briefe von Verlage heimgekommen sind, hat dann meine Familie mitgekriegt, dass ich geschrieben habe. Das Buch habe ich dann aber auch nicht veröffentlicht. Und dann das zweite Buch habe ich auch nicht groß weitererzählt. Da wusste auch niemand was davon. Und erst als es dann aufs Ende zuging, als ich dann Freunde und Bekannte gebraucht habe, die das Buch Korrektur lesen mussten oder sollten, habe ich das so ein bisschen erzählt und darauf hindeutet. Und erst dann ist es in meinem Umfeld bekannt geworden. Die Kirche, der Papst, die Stadt Rom. Für diese Themen interessierte sich Tim Miller immer schon. Daher wählte er diesen Hintergrund für seine Bücher. Besonders wichtig bei solchen historischen Romanen ist eine sorgfältige Recherche. Also hauptsächlich durch Bücher, Sach- und Fachliteratur. Klar, auch durchs Internet irgendwelche Informationen rausziehe. Und wenn ich dann die Idee habe, dann baue ich die mit Informationen aus, die ich in Büchern finde, die ich im Internet finde und schmücke das ein bisschen aus. Dann fange ich an zu schreiben an sich. Und wenn ich dann im Nachhinein immer noch denke, es fehlt noch was oder da könnte man ein bisschen dran schleifen, dann suche ich natürlich weiter, ob man das noch optimieren könnte. Und wenn ich mir dann sicher bin, so stimmt, dann übernehme ich das so ins Buch und dann bleibt es auch meistens so im Buch drin. Tim Miller schrieb eineinhalb Jahre an seinem neuen Buch Sepulcrum. Held und Schauplatz sind aus seinem ersten Roman bekannt. Ansonsten ist es eine eigenständige Geschichte. Doch mit dem Schreiben fängt die Arbeit des Jungautors erst an. Also ich sage mal, das Schreiben und die Recherche ist fast der kleinste Aufwand. Der größte Aufwand folgt dann danach, diese ganzen Buchhandlungen abzuklappern, wer das Buch dann letztendlich in den Buchhandel aufnimmt, diese Lesungen zu organisieren, die Vermarktung mit der Presse, mit Zeitung, Radio oder auch jetzt mit Fernsehen, ist schon ein extremer Zeitaufwand. Und da ist eigentlich Schreiben fast der kleinste Aufwand, den es gibt. Tim Miller schreibt nicht nur, er kümmert sich auch um alle Dinge, die rund um sein Buch anfallen. So organisiert er zum Beispiel alle Lesungen selbst. Als Arthur durch das dünne Glas spähte, sei er nichts als rabendschwarze Dunkelheit, welche mit etlichen Nebelschwaden durchzogen war. Es hatte etwas Beunruhigendes, die Nacht in diesem Zustand zu sehen. Und Arthur war froh, sich in dem sicheren Dormitorium zu wissen. Er wollte sich gerade wieder auf seine strohgepolsterte Pritsche fallen lassen, als er plötzlich ein Geräusch auf dem unteren steinernen Innenhof vernahm. Er spähte erneut durch das Glas und versuchte herauszufinden, woher das Geräusch gekommen sein musste. Neben dem Schreiben geht Tim Miller auf das Gymnasium. Für andere Hobbys bleibt da wenig Zeit. Und im nächsten Jahr steht das Abitur an. Nach dem Abitur würde ich erstmal gerne ins Ausland gehen für ein Jahr. Und dann würde ich gerne studieren, am liebsten so in die Richtung Theologie, Französisch-Politikwissenschaft. Wie das dann aber weitergeht, was ich mit den Studienfächern anfange, weiß ich noch nicht genau. Mit dem Schreiben soll es auf jeden Fall weitergehen. Mit einem dritten Buch will er diese Reihe historischer Romane abschließen. Und dann würde ich noch mal wiederholen. 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 Und dann würde ich noch mal wiederholen.